Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Dienstag, den 10. Oktober. Gut, wir beginnen am heutigen Dienstag zunächst mit dem Wochenschart im S&P 500, wo wir nun erneut die untere Trendkanalbegrenzung sowie den 50er EMA verteidigen konnten. Die Woche hat gerade erst begonnen, aber das bisherige Tief am Montag lag bei 4.270 Punkten und damit hier direkt an der unteren Trendkanalbegrenzung. Danach ging es dann aufwärts und wir sind dann letztendlich deutlich höher bei 4.344 Punkten aus dem Handel gegangen und nehmen damit Kurs auf den 10er EMA im Wochenschart, der aktuell bei 4.375 Punkten notiert. Darüber könnte dann die Marke von 4.400 Punkten angelaufen werden und sollte sich die Aufwärtsbewegung dann noch weiter fortsetzen, wäre der nächste Anlaufbereich bei der runden Marke von 4.500 Punkten zu sehen. Weiterhin gilt, dass wir uns im S&P 500 unverändert in einem Abwärtstrend befinden mit einer Kette von tieferen Verlaufshochs und tieferen Verlaufstiefs und ich daher davon ausgehe, dass wir aktuell nur in einer normalen Erholung im S&P 500 sind mit in der Folge dann erneut fallenden Kursen. Wir machen dann weiter mit dem Wochenschart im DAX, wo wir uns ebenfalls zu Wochenbeginn etwas erholen konnten und am Vortag bei 15.191 Punkten aus dem Handel gegangen waren. Vorwärtslich notieren wir erneut deutlich höher im Bereich von 15.260 Punkten ungefähr. Damit gilt weiterhin die Annahme, dass wir hier von der steigenden Ichomoku-Wolke in Zukunft nach oben gedrückt werden im DAX und höchstwahrscheinlich zunächst einmal vor einem weiteren Anstieg stehen. Die Anlaufmarke im Wochenschart könnte dabei hier der Bereich um ungefähr 15.500 Punkte sein, wo sich dann die nächste wichtige Widerstandsmarke befindet. Gut und dann kommen wir jetzt zum Monatschart im DAX, wo wir uns mittlerweile vorwürstlich hier über der Widerstandsmarke von 15.200 Punkten befinden. Darüber sehen wir dann den steigenden Fibonacci-Fächer, den wir noch ebenfalls überwinden müssen für einen weiteren Anstieg, sowie den Sena EMA, der ebenfalls einen Widerstand bilden könnte im Bereich von 15.400 Punkten ungefähr. Der Bereich um 15.400 Punkte mit dem Sena EMA im Monatschart und der Widerstandsmarke bei 15.500 Punkten im gerade gezeigten Wochenschart wäre dann der Bereich, in dem wir möglicherweise dann einen Verlaufshoch im DAX bilden könnten und dann erneut wieder nach unten abdrehen könnten. Zu bedenken ist weiterhin, dass wir uns saisonal aktuell im Oktober nur in einer Erholung befinden und dann bis Ende Oktober möglicherweise nach dem Verfallstermin noch einmal deutlich nachgeben könnten und dann erst ab Ende Oktober, Anfang November dann mit der Jahresendreddie beginnen. Wir befinden uns übergeordnet weiterhin in einem Abwärtstrend und solange wir auch den Sena EMA bei 15.400 Punkten im Monatschart nicht nachhaltig erobern können, ist dies eher ein langfristiges, bärisches Signal. Das bedeutet, dass wir nun möglicherweise zunächst vor einer Erholung stehen könnten, leicht über den Sena EMA im Monatschart bei 15.400 Punkten ansteigen könnten, eventuell noch den Bereich von 15.500 Punkten erreichen und dann erneut wieder nach unten abdrehen. Im positiven Fall würden wir dann direkt weiterzulegen und auch die Widerstandsmarke um 15.500 Punkte nach oben durchbrägen und damit dann ein weiteres bullisches Signal generieren. Gut, damit wären wir dann auch wieder durch mit dem ING Markets Morning Call für den heutigen Dienstag. Ich melde mich dann wieder am morgigen Mittwoch mit dem ING Markets Morning Call und wünsche Ihnen für heute noch viel Erfolg im Trading. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.